So, hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dinosaurs. Ihr seht ihr schon, ich bin hier auf der Plattform des fünften P3s, wie ihr ihn so schön beschrieben habt. Will ich mal gleich mal gucken. Aha, 5 Tage, Alter, muss noch einen Tag reifen, damit wir ihn endlich fliegen können. So, ich werde dann trotzdem selber mal versuchen zu fliegen. Und ich kann, naja, ich soll das nicht versuchen. Ich kann, glaube ich, nicht fliegen. Glaube ich einfach mal. Ich werde es nicht ausprobieren, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Wenn es doch eine gute Idee ist, dann schreibt es mir in die Kommentare, aber ich denke nicht. Nein, 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 das glaube ich nicht. So, und einige von euch haben sich ja was gewünscht, was ich in dieser Folge machen soll. Und ja, ratet mal, was ihr euch gewünscht habt. Bisschen so, also eigentlich müsst ihr es ja wissen. Ja, viele von euch meinten, Ascalter, das Spinosaurus-Gege ist ein bisschen zu klein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt recht, es ist ein bisschen zu klein. Man muss das mal angucken, der ist so riesig und hat so ein kleines Gege. Schade eigentlich, also es ist wirklich eindeutig zu klein. Wobei ich mir habe da extra Mühe gegeben. Und dann ist dann nur so ein kleines Gegebeil rausgekommen. Schade eigentlich, aber ich kann es jetzt auch nicht größer machen. Oder bis zu sowieso, wie soll ich das jetzt noch größer machen? Ich habe einfach auch nicht erwartet, dass er so riesengroß wird, aber viel größer kann ich das jetzt auch nicht machen. Das ist nämlich das Problem, aber ihr habt schon recht, das ist vielleicht ein bisschen klein geworden. Für den Racker, ne? Ja, und bei den Brachiosauriern meintet ihr, okay, Ascalter, die alten könntest du vielleicht noch töten. Weil, guck die dir mal an, die, äh, die stehen immer ineinander und einfach nur rum. Dann bin ich da auch am überlegen, machen wir das oder machen wir das nicht? Aber das Entscheidendste, was ihr mir geschrieben habt, war Ascalter, mach mal eine Farm-Tour. Also quasi, ähm, dass ich mal ein bisschen farmen gehe, wieder, was ich ja lange nicht mehr gemacht habe. Also eine Höhlen-Tour, das finde ich auch immer ganz spannend. Einfach mal so eine Höhle zu erkunden, ein paar Alten zu farmen, besonders im Shine-Projekt mache ich das jetzt öfters. Das ist einfach mal in die Höhle gehen und farmen. Ich finde das einfach ziemlich geil. Für mich ist das einfach gehört das zu Minecraft dazu und ist für mich auch mega spannend, ne? Also wenn ihr das auch so spannend findet, dann ab in die Kommentare. Auf jeden Fall finde ich das spannend, deswegen werde ich mir auch gleich meine Pickaxe holen, beziehungsweise wir haben ja noch unsere, die aber schon bald kaputt ist. Also lieber noch eine andere mitnehmen. So, das muss ich mal schauen, ob wir hier noch welche haben. Ansonsten, ja, was ist ansonsten? Ansonsten habe ich einfach keine. So, wobei, wie viel Uses hat die wohl noch? Das wohl noch genug, denke ich. Ansonsten reparieren wir die einfach. Wenn man Amboss, sollte klappen, ne? Sollte klappen. Scarab, Pickaxe. Und dann habe ich überlegt, wo wir das Ganze machen. Ob wir hier schon mal graben, also unter unserem Haus, ob das eine Idee wäre. Oder ob wir wirklich weiter weggehen und dort eine Höhlen-Tour machen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter weg und machen dort eine Höhlen-Tour. Weil unter dem Haus wollte ich ja noch speziell was machen. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt da rumbuddel, ob ich mir das dann nachher verbaue, ich weiß es nicht. So, was braucht man denn für so eine Höhlen-Tour, ne? Jetzt kommen nämlich die Survival-Tricks. Als erstes, wenn man eine Höhlen-Tour machen will, braucht man ein leeres Inventar. Man braucht nur die nötigsten Gegenstände. Und das, oder was das ist, werde ich gleich aufzählen. Das heißt, erstmal den Rest wegstecken. Einfach irgendwo rein. Ich würde einfach sagen, die Kiste, weil ich da immer eigentlich alles rein tue. So, zum Beispiel Eimer brauchen wir nicht. Wasser Eimer schon gar nicht. Wobei, Einer ist nie verkehrt. Dreck brauchen wir nicht. Wobei, ein bisschen zum Hochbauen ist auch nicht schlecht. Holz brauchen wir nicht. Kohle brauchen wir auch nie. Fackeln sind immer sehr wichtig. Die sollte man immer dabei haben. Mindestens 20. Am besten natürlich 40 oder so. Ne Nautilus. Ne, das braucht man natürlich nicht. Ne Angel eigentlich auch nicht. Wobei, ich dir jetzt einfach mal eine mithaben werde. Wobei, ne, das ist eine Peitsche. Die tue ich weg. Und ein Knochen schon gar nicht. So. Pfeile eigentlich auch nicht. Aber die tun wir mal rein. Ne Schaufel ist immer gut. Ne Axt auch immer gut, falls man irgendwie auf den Dungeon stoßt. Dann auf Holz oder so. Ja, und 52 Steaks sollte man vielleicht ein bisschen reduzieren. Falls man stirbt, ist das ärgerlich. Deswegen nimmt man 26 mit. Und schon hat man genug Platz im Inventar, um eine Höhlentour zu absolvieren. Das ist nur die Frage, wo wollen wir das Ganze machen? Wollen wir eine schöne Mine bauen? Oder wollen wir das einfach irgendwie so grob machen? Und das ist eine verdammt gute Frage. Und ich dachte mir, dass wir einfach hier diesen alten Gang nutzen. Ne, früher ging mal hier ja mal ein Haus. Da ist jetzt dieses Do Not Enter Schild. Da werde ich aber mal entern. Ich will mal wissen, was da noch ist. Da sind Zombies. Deswegen stand da Do Not Enter. Do Not Enter heißt übrigens für die unter euch, die noch kein Englisch haben. Denn Do Not Enter heißt, dass man das nicht betreten darf. Beziehungsweise nicht betreten soll. So. Do Not Enter. So, da dürfen wir nicht reingehen. Tut mir leid. So, und ich habe jetzt nochmal hier diese, ähm, naja, wie heißt das? Diese, ja, unser Neta-Portal, wo wir auch lange nicht mehr drin waren. Da würde ich auch gerne mal rein. Aber erstmal jetzt zur Höhlentour. Jetzt haben wir hier ja schon eine Höhle. Beziehungsweise ist ja eine Höhle. Allerdings ist es noch keine, ja, wir sind noch nicht auf einen Dungeon gestoßen. Und da bin ich mal am überlegen, wie wir am besten so einen Dungeon finden. Ich weiß es nämlich nicht. Also es gibt die eine Taktik, das nennt sich einfach stupides, ähm, runterbauen. So was mache ich gerne. Funktioniert allerdings nicht immer. Dass man sich zum Beispiel mal hier irgendwie ein bisschen was frei baut. Beispielsweise, guck mal, guck mal, wie schnell das geht. Beispielsweise hier. Wo man sich das frei. Und dann nehme ich aber mal die andere Spitzhacke. So. Und damit bauen wir dann hier uns runter. Ihr seht schon, das dauert jetzt deutlich länger. Wobei das auch schon schnell geht. Aber mit unserer Scary Pig X, da kommt halt nichts nach. Es ist halt die beste Pig X überhaupt. Es gibt, glaube ich, keine bessere. Glaube ich. Hm, es gibt keine bessere. So, schade, dass es hier keine Magnetrüstung gibt. Sonst würde ich hier ja gerade alles anziehen. Aber leider gibt es sowas in Dinosaurus nicht. Und bei Dinosaurus kann man auch leider nicht so viele Mods hinzufügen. Ich habe hier ja gar nicht so viele drin. Ich glaube, acht Mods habe ich hier drin. Das sind hauptsächlich Mods für, ja, die so die Optik und alles verbessern. Sowas. Oh, nein, 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 nein. Sowas wie Optifine und so. Aber ich habe hier, ja, oder Inventary Tweaks, halt irgendwelche nützlichen Mods. Aber ich habe gar nichts drin. Oh, ein blauer Creeper. Wie zum Beispiel, ja, der irgendwas bringt. So irgendwie so ein Möbelmod oder so. Habe ich gar nicht. Und das wäre vielleicht eine Idee mal wert gewesen. Hier einfach mal ein Möbelmod. Mod oder sowas in der Art zu holen. Wäre auf jeden Fall mal eine Idee, quasi das Mod-Pack ein bisschen zu erweitern. Das ist nicht nur, dass man einfach ein bisschen mehr Action in Dinosaurus hat. Ein bisschen, wie man machen kann. Allerdings weiß ich nicht, wie sich der Dinosaurus-Mod hier verhält mit dem Rest. Mit anderen Mods. Deswegen wird das schwierig sein. Denke ich. Zumindest. So, ich glaube, die Schaufel haben wir gerade vom Zombie bekommen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr aufgepasst habt? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, wir hätten vorher keine. Also müssen wir die vom Zombie bekommen haben. Wäre die einzige Erklärung für mich. Was ich schade finde, ist, wenn man die Fackel in der Hand hält, dass man dann irgendwie, ähm, ups, dass man dann trotzdem, ihr wisst schon, dass trotzdem kein Licht ist. Oh. Guck mal, die kriegen schon Schaden, wenn sie mich schlagen oder anschießen, welcher Vornsrüstung habt. Ich sehe schon, dass Vorns 2 drauf. Dann kriegen sie sofort Schaden, wenn sie mich attackieren. Ist eigentlich ziemlich cool. So. Ey. Langsam reicht es aber auch mal. Mann, Mann, Mann. Hier sind so viele Monster. Also jetzt schon nach dieser Höhlen-Tür sind, haben wir so viele Level, dass wir wieder ein Level 30er schweren entscheiden können. Ist also sowas von perfekt. Oh mein Gott. Was war jetzt schon wieder da? Guck mal, die Spitzheit ist gerade mal auf Unbreaking. Ja, aber sie geht halt nie kaputt. Ist auch cool. So hat auch was. Guck mal, Eisen zum Beispiel finden wir hier ganz viel für unsere Eisenblöcke für den T-Rex. Allerdings haben wir noch so viel Eisen, da, da tun es diese paar Blöcke nicht. Ne? Deswegen müssen wir hier einfach mal gucken, was sie hier so Schönes haben. Ein bisschen erforschen. Problem ist nur, wenn man alles hat, dann, ja, was kann man dann noch farmen? Das ist immer die Frage, wenn man alles hat. Das könnte man sich auch mal in Real Life fragen. Es gibt ja immer Leute, die sagen, oh mein Gott, ich habe zu wenig, oh, ich habe viel zu wenig Geld, ich brauche mehr. Dann frage ich mich aber auch, okay, wenn ihr dann das Geld habt, was macht ihr dann? Weil es gibt ja wirklich Leute, die sind einfach, die wollen einfach diesen Konsum haben. Die sind einfach diese so Konsum, wie soll man das nennen, Konsumgeil. Und dann wollen sie unbedingt alles haben wollen. Aber es bringt ihnen dann auch nichts, weil Geld macht halt nicht glücklich und können genauso wenig wie das Kaufen von irgendwelchen Dingen. Es gibt ja Menschen, die sind, ja, wie soll ich sagen, die sind kaufsüchtig. Ich kenne dazu natürlich niemanden. Und die kaufen sich halt ganz viele Dinge, um sich halt glücklicher zu fühlen. Aber es funktioniert halt nicht. Ich weiß nicht, vielleicht sind da ja die einen oder anderen bei euch dabei, die das vielleicht haben. Kann in jedem Alter so sein. Ich weiß ja nicht. Die halt denken, okay, irgendwie fühle ich mich gerade nicht so gut. Ich kaufe einfach Sachen und fühle mich dann glücklicher. Aber im Endeffekt fühlt man sich dann doch nicht glücklicher. Da gibt es halt Menschen, die, ja, meistens sind es halt die mit ganz viel Geld. Oder die, die halt ganz viel Geld haben wollen, weil sie halt nicht wissen, wie man glücklich wird. Und es gibt ja auch den schlauen Spruch, der sagt, Geld allein macht nicht glücklich. Und genau das stimmt. Genauso ist es auch mit Minecraft. Wir können so viele Diamanten haben, aber die machen allein nicht glücklich. Was bringen uns die ganzen Diamanten, wenn wir, ja, weiß ich auch nicht, wenn wir keinen Redstone haben für eine schöne Schaltung. Nein, also worauf ich hinaus will. Also, wenn man den ganzen Konsum hat, das bringt einem dann auch nichts. Genauso kann man es auch bei Minecraft sehen, mit Items. Wenn man ganz viel hat, fühlt man sich auch nicht besser. Aber es macht genauso viel Spaß mit Low-Items, als mit guten Items. Genauso ist es auch zum Beispiel im Multiplayer. Wenn ihr zum Beispiel mal mit Freunden spielt, denke ich, habt ihr das auch. Da werden wohl die einen oder anderen Freunde von euch so richtig viele, so richtig viel Equipment haben. Und ihr habt dann so ganz schlechtes oder viel weniger. Und trotzdem bringt es super Spaß. Und so ist das nämlich. So. Oh, sind das Diamanten? Das sind Diamanten, oder? Diamanten! Oha! Also, das sieht man in Auge gerne. Diamanten mag ich. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, Diamanten machen nicht glücklich allein. Ich ändere meine Meinung. Ich bin jetzt total happy, Mann. Wir haben Diamanten. Ich weiß noch, wie ich mich früher über meine ersten Diamanten gefreut habe. Da bin ich ja fast ausgerastet vor Freude, als ich meine ersten Diamanten gefunden habe. Da habe ich ewig gesucht, bis ich da mal Diamanten hatte. Da hat das Suchen noch Stunden gedauert. Da habe ich glaube, ich bin da Tage rumgewandert, bis ich da meine ersten Diamanten hatte. Wie weißt du noch, da habe ich damals, das war ja noch in der Beta, da gab es glaube ich auch noch nicht so viele Diamanten. Da habe ich wirklich alles durchforstet auf der Suche nach Diamanten. Und irgendwann habe ich tatsächlich welche gefunden. Da habe ich extra noch einen Kumpel gefragt, ey, wo sind denn diese Diamanten? Kann man die irgendwo finden? Und er so, oh, muss auf Ebene 17 gucken. Ja, sind sie immer. Und dann habe ich das gemacht und habe dann wirklich tatsächlich irgendwelche gefunden. Und ich war sowas von glücklich. Das glaubt ihr gar nicht. Glücklicher als der glücklichste Mensch der Welt. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, oh mein Gott. Und du warst sowas von glücklich nur durch dieses Spiel Minecraft? Ja, tatsächlich. Minecraft ist das Superspiel. Kann alles bewältigen, was man will. Wobei man sagt ja immer so, ich weiß ja auch nicht, es hört sich irgendwie komisch an, wenn Minecraft einen glücklich macht. Und da werden wir auch bei einem anderen Thema. Glückseligkeit in Spielen, oder keine Ahnung wie man es nennen will. Machen Spiele glücklich. Also wenn ihr ein Spiel spielt, meinetwegen, sagen wir Minecraft, ne? Spielen wir ja gerade. Bringt also, macht euch das glücklich, seid ihr danach so richtig gut drauf oder wie sieht das bei euch aus, ne? Also bei mir persönlich ist es so, wenn ich was spiele, ja, mir macht das immer super Spaß. Ne, also ich spiele gerne Spiele und bin dabei auch immer ziemlich, ja, ja, es ist froh. Also mir bringt es immer sehr viel Spaß. Allerdings bringen wir auch andere Sachen Spaß, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Spielen das Einzige ist, was mir Spaß bringt. Gibt es natürlich mehrere Sachen, aber Spielen zählt dazu den Dingen, die mir Spaß macht. Sonst würde ich es ja nicht machen. Dann könnt ihr mir ja sagen, wie es bei euch ist, ob, ja, ob euch das Spaß bringt, ob ihr selber spielt oder sagt, ne, ich spiele nicht so gerne. Kann ja auch sein, dass einige von euch, ähm, ja, jetzt fragt euch wahrscheinlich, Moment, Maskali, wir gucken doch deine Videos, wieso sollten wir Spiele denn nicht mögen? Ne, es gibt tatsächlich Leute, da habe ich sogar jemanden in meinem Freundeskreis, die gucken, ähm, ja, die gucken zwar Spielvideos, also Let's Plays, aber die spielen selber gar nicht, ne? Die schauen dann einfach nur Let's Plays. Ne, das finde ich auch witzig, ne? Wenn man dann lieber zuguckt, als selber zu spielen, ne, warum nicht? Ist vielleicht auch interessant, wenn man vielleicht selber nicht weiß, was man gerade machen kann, oder selber, ähm, nicht so, ja, spielversessen ist, dass man einfach sagt, okay, ich guck mal was für die anderen das so machen. Ist auch witzig, ne? Also ich habe früher auch immer sehr viele Let's Plays geguckt, in letzter Zeit ist das, nimmt das ein bisschen ab, weil ich gerade die Zeit nicht so dazu habe. Ihr wisst ja, nachher im Stress wird das immer größer, so echt wirklich, so älter ihr werdet, desto mehr Stress habt ihr. Also seid froh, dass die meisten von euch, also die meisten von euch können auch froh sein, dass ihr so jung seid. Na, so viel Zeit, wie ihr jetzt habt, habt, werdet ihr in fünf Jahren nie mehr haben. Ich weiß auch noch, damals hatte ich mal so viel Zeit und dann auf einmal irgendwann war die Zeit weg. Da hatte man dann andere Dinge zu tun, ne? Und wenn ihr dann noch eine Freundin habt oder, was weiß ich, ein Freund, um jetzt die Mädchen anzusprechen, habt ihr noch weniger Zeit, da haben die nämlich gar keine Zeit mehr. Und wenn ihr dann noch Let's Plays macht und dann noch zur Schule geht oder studiert oder arbeitet und dann noch irgendwas anderes mal machen wollt, uh, da wird der Zeitplan aber ganz schön eng, ganz schön eng, ne? Und was mir jemand neulich mal sagte, war so, der meinte nämlich auch, das war ein Bekannter von mir, der, ähm, meinte auch so, ja eigentlich, wenn man mal so schaut, machen sich doch die Kinder von heutzutage den ganzen Stress nur selber, ne? Beziehungsweise ihre Zeitprobleme, wenn man so merkt, dass sie die ganze Zeit nur auf WhatsApp rumhängen, an ihrem Handy tickern und sich dann wundern, dass sie keine Zeit mehr für andere Dinge haben. Und das fand ich auch witzig, diese Bemerkung. Einfach mal zu gucken, okay, eigentlich macht man sich das alles nur selber. Wenn, wenn ich mal schaue, die Zeit, ähm, ja, vertüle ich doch selber so, dass ich dann für andere Sachen keine Zeit hab. Das fand ich eigentlich auch ganz gut, ne? Viele jammern ja immer rum, okay, ich hab gar keine Zeit und so, aber ei, muss man auch mal schauen, was man selber so mit der Zeit anfängt. Ne, und wenn ich jetzt mal ehrlich bin, ich verschwende auch manchmal Zeit. Ich glaube, das macht jeder. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Vielleicht sagen, es sind auch einige, die von euch jederzeit was Produktives zu tun haben. Ich gehöre jetzt zum Beispiel nicht dazu. Bei mir ist es auch so, dass ich mir einfach mal hinten hocken, ein bisschen Fernsehen gucke, wobei das eher selten ist. Aber natürlich ist es bei jedem so, ne? Das ist ganz normal. Also ich hab schon wieder zwei Smaragdi gefunden, das müssen wir bald mal auf den Dorf stoßen, ansonsten ist es blöd. So, und apropos Dorf, ne? Was mir gerade auffällt, ist, so eine Minimap wäre eigentlich auch nicht schlecht, wenn ich mal so recht überlege. Weil wir spielen jetzt ja die ganze Zeit ohne Minimap, aber irgendwie so das mit den Raypoints setzen, was ich aus Shine kenne, gefällt mir irgendwie. Das würde ich hier auch drin haben. Also ich glaube, ich werde mir mal eine Minimap holen. Und ich werde auch nochmal schauen mit den Mods, ob wir das irgendwann mal ändern. Und dann vielleicht so als Special zur 200. Folge oder zur 150. Folge. So einfach mal, dass die Mods ein bisschen erweitern, ich weiß es nicht. Oder dass ich generell nochmal ein zweites oder drittes Spiel anfange zu Let's Plane. Also das heißt Spielmodus. Da wäre ich am überlegen, wie ich das da am besten mache. Oder das ist ein Skelett, das ist hinter uns. Oft ist es uns dicht auf den Fersen. Da könnt ihr mir ja auch schreiben, wie ihr die Idee so findet. Und ich habe euch ja auch immer mal gefragt nach Projektideen. Weil ich ja auch immer, guck mal hier und hier brauchen wir das Holz, nämlich für dieses Holz hier. So. Ich habe mich ja auch immer gefragt, Leute, wenn ihr was habt, was ihr sehen wollt, dann könnt ihr mir das immer in die Kommentare schreiben. Und mir immer Ideen geben, weil ich bin immer so der Typ, ich mag es, Sachen zu entdecken. Also ich spiele immer gerne Spiele, wo man viel entdecken kann. Also zum Beispiel wie jetzt bei Shine, da sind ja alle möglichen Mods zusammengemerged. Also zusammengetan. Und ich glaube es sind 86 Mods. Und es sind einfach so epische Mods drin mit Dimensionen und alles, dass es einfach übelst Spaß bringt. Also keine Ahnung, mir hat noch nie ein Modpack so viel Spaß gemacht wie dieses Shine Modpack. Und es ist einfach mega episch, weil man da auch so viel Neues entdecken und, ähm, ja, entdecken und lernen kann. Das ist einfach sowas von genial. Also ich feiere dieses Modpack. Es ist einfach ziemlich cool, finde ich jedenfalls. Und genauso ist es auch bei Dinosaurs, ne? Bei Dinosaurs war es auch schon von Anfang so, dass ich dann so meinte, oh mein Gott, ein Mod mit Dinosauriern, das, was ich schon immer mal wollte, das würde ich mal jetzt play, weil das ist dann besonders interessant, finde ich jedenfalls. Weil ich mag so Mods, wo man einfach, die komplett Neues sind, die was komplett Neues hinzufügen, ne? Zum Beispiel, man könnte niemals ein Let's Play Optifine machen, aber so ein Let's Play mit Dinos, finde ich cool. Also, sowas mag ich gerne. Ja, und ich würde das auch gerne mit weiteren Mods machen, also wenn ihr weitere habt, wenn zum Beispiel einige von euch meinten Mars Calter, mach mal den, ähm, genau, den Pokémon Mod zum Beispiel, den habe ich ja von euch. Und den mache ich ja auch gerade und ich finde den super genial, aber da waren auch welche, die meinten so, zum Beispiel Digimon Mod oder, ähm, aber ich weiß gar nicht mehr alle, oder Herr der Ringe Mod oder Lion King. Da waren auch viele Mods dabei, die ich noch gar nicht so kannte und die sich auch sehr gut angehört haben, ne? So, ich meine, momentan Projekte, wenn ich mal ehrlich bin, ich habe gar nicht so viele. Dazu zählen ja, ähm, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich Dinosaurus, Pokémon und Shine, also drei Projekte habe ich momentan am Start, ne? Von denen das, ähm, Moment mal, ja, okay, und dann habe ich noch ein paar Nebenprojekte, zu den Nebenprojekten zum Beispiel das Let's Troll, was aber in nächster Zeit auch wieder ein bisschen aktiver ist, weil mit Trollen eigentlich auch ziemlich Spaß macht. Na, also das wird auch wieder ein bisschen mehr kommen, ne? Aber so wirklich Hauptprojekte, oder das, mein Hauptprojekt momentan ist ja wirklich das Dinosaurier-Projekt hier, also was ihr gerade seht. Das ist wirklich mein Hauptprojekt und dazu kommen halt noch andere Sachen, wie zum Beispiel Shine, Pokémon, das Troll, das Trollen, paar Mod-Vorstellungen ab und zu, wobei ich in letzter Zeit wirklich gar keine Mod-Vorstellungen mehr mache, weil Mod-Vorstellungen, da muss man sich immer ein bisschen Zeit nehmen, das ist halt, äh, man muss sich erstmal in diesen Mod reinfinden Und mit den Zeit nehmen ist es bei mir momentan halt, ja, wie ich schon erwähnt habe, sehr schlecht. Deswegen kann ich nicht mehr so viele Mod-Vorstellungen machen wie früher. Oder beziehungsweise früher gab es auch viel mehr Mods, die man vorstellen konnte, heute, ähm, ja, gibt es ja viele Leute, die das vorstellen, beziehungsweise, ähm, ja, wurden auch schon alle Mods vorgestellt. Also ich habe ja auch, glaube ich, selber schon über 100 Mods vorgestellt insgesamt, ne? Und, ja, so viele epische Mods zum Vorstellen gibt es dann ja auch nicht. Ich kenne zum Beispiel einen, der hat irgendwie 500 Mods vorgestellt, aber, ähm, von diesen 500 Mods sind vielleicht 10 richtig gut. Sondern ihr seht schon, wo wir hier rausgekommen sind, wir sind neben unseren Spinosaurus-Gege rausgekommen, also ein perfekter Rundgang, einfach mal durch eine Höhle durch. Ihr seht schon, was haben wir hier im Inventar, wir haben ein bisschen Eisen, ähm, Diamanten, 8 Stück, allein deswegen hat es sich gelohnt, ne? Also wir haben ordentlich Zeug erbeutet, zwar nicht super mega viel, aber wir haben was erbeutet und das ist die Hauptsache, ich finde es auf jeden Fall cool. Lagern wir gleich mal in die Kisten ab und dann haben wir es auch schon mit dem Tag. Ihr seht schon, die Sonne geht langsam unter und wenn die Sonne untergeht, das ist dann das Zeichen für Gute Nacht. Genau, für Gute Nacht. Das Zeichen für Gute Nacht. Und apropos Gute Nacht, dann gehe ich nämlich jetzt schlafen. Und das war es dann auch mit dieser Folge Minecraft Dinosaurs. Ja, nächstes Mal würde ich vielleicht hier mal ein bisschen was machen, so hier die Unteretage noch machen. Ihr mal hattet da ja ein paar Ideen, dass ich da irgendwie ein Gehege reinmachen soll oder ein zweites Stockwerk, ich weiß auch nicht. Also wenn ihr da Ideen habt, wie immer in die Kommentare damit. Genau, und ansonsten, wenn ihr sonst noch irgendwas in die Kommentare schreiben wollt, wenn ihr mich grüßen wollt oder einfach mal sagen wollt, hallo, was kalte. Ne, ich lese das wirklich, also ich lese jeden Kommentar. Also wenn ihr mir irgendwas rein ins Gehirn brennen wollt, mir irgendwas mitteilen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde es auf jeden Fall durchlesen. Ne, das grüßt, die meisten Kommentare beantworte ich ja auch, jedenfalls in den ersten Tagen. Ähm, oder wenn da sinnvolle Kommentare, sehr sinnvolle Kommentare dabei sind, die ich sehe, werde ich sie auch immer beantworten. Also wenn, ach nee, es wird gerade Tag, kein Wunder. Ich dachte, es wird Nacht. Also wenn ihr da irgendwas zu sagen habt, dann immer ab in die Kommentare, damit freue ich mich immer drüber, über jeden Kommentar. Genau, und ansonsten, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich euch doch beten, wie immer einen Daumen nach oben zu geben. Ansonsten einfach einen Daumen nach unten. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß, macht's gut und bis zum nächsten Mal.